Ich habe jetzt einen skandinavischen Thriller oder Krimi von Anne Mette Hancock, Grabesstern. Und das ist ein dritter Band nach Leichenblume und Narbenherz, aber es ist ein abgeschlossener Band. Also ich möchte dazu sagen, dass man die natürlich nicht, man muss nicht mit dem ersten anfangen, aber man bringt sich ehrlicherweise um ein großes Lesevergnügen, weil man einfach die beiden Hauptfiguren, im Grunde die Entwicklung mitbekommt, wenn man mit dem ersten anfängt. Ja, mit ihren beiden Hauptfiguren hat Anne Mette Hancock wirklich zwei großartige Ermittlerfiguren geschaffen. Das eine ist der Kopenhagener Kommissar Erik Schäfer und das andere ist eine Investigativjournalistin, Eloise Kaldan. Eloise engagiert sich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung und ihr derzeitiger Klient ist Jan Fischhof, ein alter Mann, der an Lungenkrebs im letzten Stadium leidet und er scheint an einer schweren Schuld zu tragen. In den wenigen klaren Momenten, die er noch hat, spricht er von einem Meer von Blut. Eloise versucht etwas über seine Vergangenheit herauszufinden und die Spur führt nach Südjütland, wo offenbar in der Vergangenheit zwei junge Frauen spurlos verschwunden sind. Damals, vor 20 Jahren, wurde Mädchenhandel vermutet, die Akten aber nach erstaunlich kurzer Zeit geschlossen. Und deswegen bittet Eloise ihren alten Freund Erik Schäfer aus Kopenhagen, ihr zu helfen. Er darf aber nicht offiziell ermitteln, obwohl es damals noch andere wirklich dramatische Umstände gegeben hat. Aber wenn man nun diese Krimis liest, weiß man, dass Erik Schäfer schon einen Weg findet, ihr in irgendeiner Weise behilflich zu sein. Und es kommt wirklich Unglaubliches zutage. Das ist eine Geschichte, die den Leser sofort tief hineinzieht. Es ist ein Kriminalroman der Sonderklasse, der den Leser bis zur letzten, und das meine ich wirklich wörtlich, bis zur allerletzten Seite komplett überrascht. Man hat natürlich als Leser verschiedene Theorien, was wirklich passiert ist, aber auf dieses Ende kommt man nicht, also ganz sicher nicht. Hancock ist zurzeit, glaube ich, eine der besten skandinavischen Krimi-Autorinnen. Ja, und wie gesagt, fangen Sie also gerne mit den ersten an. Es ist oft so, dass Autoren auch beim zweiten Band mal schwächeln. Bei Hancock ist das tatsächlich nicht der Fall. In diesem Falle, wenn Sie beginnen möchten, wäre Leichenblume das erste Buch und Narbenherz das zweite. Und ich verspreche Ihnen, sie schwächelt nicht. Das Einzige, was ich an diesem Buch zu bemängeln habe, sind diese verschmockten Titel, die der deutsche Verlag denen gegeben hat. Also Leichenblume, man weiß eigentlich gar nicht so recht, was es soll, heißt im Dänischen Pitbull. Und das wäre der richtige Titel gewesen, das muss man wirklich sagen. Und das wäre der richtige Titel gewesen, das wäre der richtige Titel gewesen.